hallo und herzlich willkommen leute ist jetzt richtig ein webcam die noch nicht mal 60 fps hat ich glaube jetzt maximal 30 bin ich ganz sicher man sieht auf jeden fall das lag und zwar hart naja auf jeden fall ist so eine art einkündigung am samstag den am 26. um 19.00 werde ich anfangen zu screenen wie wir ein crash binigood 3 suchten mit webcam und chat natürlich wie wir eine schöne zeit haben dazukommen ab 19.00 ich werde vorher eine halbe stunde vorher musik anmachen so meine musik die copyrighted wird natürlich und dann bekommen wir jetzt strikt und ihr könnt nie wieder etwas von mir genießen ist logisch gut ich werde mein gesicht nicht sehen oder ich kann nachgucken ich trage diese maske extra wenn ihr mein gesicht nicht sehen könnt ja so ein schönes gesicht darf man in der öffentlichkeit nicht sagen weil sonst bekommt jeder entweder jeder regt oder jeder bekommt augenclips vor schönheit darf man nicht sagen und ist auch der grund warum ich keine videos in letzter zeit gemacht habe ich habe fünf Milliarden videos aufgenommen alle waren scheiße ich habe einfach alle gelöscht alle videos nicht aufgenommen und dazu kommt noch ich bin faul ich bin wirklich faul weil ich bin gerade dabei ein video zu schneiden habe schon die hälfte noch nicht mal die ich habe noch nicht mal die highlights aus diesen neuen gameplay rausgeholt und heute und habe schon ein paar szenen bearbeitet also ich habe jetzt nicht wirklich viel gemacht aber naja ich mache auch das bild ne diese türen aus hier aber die augen drängst du hier weil er schon um webcamp an doll naja ich freue mich wenn ihr euch eigentlich wenn ihr entscheidet ihr müsst nicht ihr könnt ich versuche jetzt noch die musik hinterzulegen weil meine stunde ist echt scheiße ich habe lieber steuern sehr viel im live stream ich werde auf mich noch ein bisschen audio und tonschule anpassen weil ich bin gerade dabei eine aufnahmesession zu machen das ist jetzt sozusagen in der pause nehme ich das gerade jetzt auch denn in der zukunft werde ich shanty that's flame shanty hat genie hero bin gerade kurz vorm ende ja also ihr könnt erwarten dass es schon einiges geht jede folge dauert so halbe stunde oder länger und ich hab euch wird es gefallen ich meine das ist mein lieblingsspiel des jahres 2016 und mein lieblingsspiel 2017 wird es erstmal abwarten wenn spyro dieses jahr noch rauskommt dann wird es auf jeden fall spyro sein also die juli-makes von spyro denn ich mag spyro und crash bunny code die reihe sind ja genau naja eigentlich soll das video gar nicht zu lang gehen 3 minuten 30 viel zu lang hatte ich muss eigentlich 30 minuten strecken wie mache ich das am besten ich beschwörd dunkler paradinen anfangs modus ja gut gestreckt naja lange geht seit kurzem keinen sinn ich kann nicht mehr reden es sollte aufhören videos zu machen ich kann nicht reden ich kann einfach nicht reden naja ab 26.08.2017 kommt dann ein livestream um 19.00 uhr schalte ein auf meinen kanal hoffentlich kommt ein link unten in der beschreibung wenn ich dann seid ihr alle scheiße so man auch eine perfekte helligkeit machen nicht dass die maske zu sehr spielt weil es sieht scheiße aus wenn die maske zu sehr spielt wie hier ich bin batman naja schon ich spaß nicht ich das ich so ich da so ich 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 Vielen Dank.